Hey, du brutzelst gerne sowas. Oder sowas. Aber noch viel lieber würdest du lernen, wie man sowas hier zusammenbrett? Das lernst du in der Ausbildung zum zur Konstruktionsmechanikerin bei EJ in Boppard. Du lernst da natürlich nicht nur schweißen, sondern noch einiges mehr. Aber sprühen wir erstmal zurück und fangen vorne an. KonstruktionsmechanikerInn stellen Stahl- und Metallbaukonstruktionen her. Bei EJ sind das vor allem Schachtabdeckung. Der Volksmund würde einfach Gullideckel sagen. Aber dahinter versteckt sich viel mehr. Zum Beispiel Abdeckung für Kabelschächte, für Brunnen oder Tunnel. Die Abdeckungen können modular sein, hydraulisch oder mit Gegengewichtsantrieb. Und deine Aufgabe ist es, diese verschiedenen Schachtabdeckungen herzustellen, zu montieren und zu warten. Klingt abwechslungsreich? Ist es auch. Aber Vorsicht, dein Blick könnte durch die Ausbildung öfter mal auf dem Boden kleben. Denn plötzlich fallen dir all die Schachtabdeckungen auf. Für die Ausbildung zum oder zur Konstruktionsmechanikerin solltest du einen guten mittleren Bildungsabschluss haben, dich für Technik und Metall begeistern, zuverlässig und Eigeninitiativ sein und gerne im Team arbeiten. In der dreieinhalbjährigen Ausbildung bekommst du tiefe Einblicke in alle technischen Abläufe bei EJ. Und wirst Profi für Schachtabdeckung weltweit. Dabei wäre übrigens auch ein Auslandsaufenthalt bei EJ in Frankreich möglich. Hast du Lust, einfach mal Stahl-Hart-Expertin in Sachen Metall zu werden? Dann ab mit deiner Bewerbung! Wir sehen uns im Team!